Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. So, wir geben ein bisschen Gas. Ich habe jetzt mittlerweile schon zweimal versucht zu überleben. Zweimal bin ich gestorben. Und deswegen muss ich sehen, dass ich hier erstmal ein bisschen Gas gebe. Ich soll ja das Areal ums Flugzeug erkunden und darüber hinaus. Also, ich soll mich nicht die ganze Zeit hier aufhalten. Von da bin ich ja erschienen, ne? Von da bin ich gekommen. War doch so, ne? Ich hoffe, von da sind wir gekommen. Genau, da haben wir doch hier die Teile gefunden. Dann sind wir nachher hier rüber gelaufen. Richtig. So. Wie gesagt, zwei Versuche habe ich gebraucht. Zwei Versuche haben nicht gefruchtet. Zweimal bin ich gestorben. Elend. Wir hoffen, dass es sich diesmal besser macht. Alle guten Dinge sind drei, wie man so schön sagt. Aber, wie gesagt, das war nicht wirklich einfach. Und ich wusste nachher auch nicht mehr, was ich noch tun sollte. Bei uns wird nämlich nachher das Holz ausgehen. Deswegen muss ich wirklich jeden Schnipsel Holz auf jeden Fall mitnehmen. So, jeden Schnipsel Holz. The Long Dark ist natürlich auch ein Spiel, was darauf aufbaut, dass man Fehler macht, stirbt und dann nochmal von vorne versucht. Gut, also das ist etwas, was ich an Spielen eigentlich... So. Renn um dein Leben, bla bla bla, mit einem schweren Rucksack durch den Schnee zu stapfen, ist beschwerlich. Aber manchmal muss man einfach rennen. Sprinte, um Tieren auszuweichen, dünnes Eis zu umgehen oder schneller zu einem Unterschlupf zu gelangen. Beachte jedoch, dass Sprinten mehr Kalorien als Gen verbraucht. Deine Sprintdauer hängt davon ab, wie sehr dich deine Kleidung einschränkt. Das dauert eine Weile, bis deine Sprintdauer wiederhergestellt ist, also nutze sie weise. Ja, genau. So. Ich laufe jetzt trotzdem mal ein bisschen, auch wenn das hier jetzt nicht unbedingt No tut. Aber wir haben nicht viel Zeit. Wir haben echt nicht viel Zeit. Es wird schnell dunkel. Und das wurde mir nachher letztendlich auch zum Verhängnis bei den anderen beiden Malen. So, einmal schnell auseinandernehmen alles. Essen und trinken müssen wir natürlich dann auch. Das ist das, was nachher so viel Zeit kostet. Essen herstellen, jagen und so weiter. Das kostet alle so viel Zeit. Ja, mir ist kalt. Mir ist auch kalt. Mir ist immer kalt. So. 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 Weiter geht's. Ich laufe jetzt mal absichtlich ein bisschen, weil sonst schaffe ich es zeitlich einfach nicht. Können wir eigentlich hier oben lang? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. So, können wir uns eigentlich gleich mal hier so einen Stein mal mupsen. Wir müssen gleich Kaninchen jagen. Davon sieht man ja schon die Kaninchen. Genau. Steine. Wer gut zielt, leidet nie Hunger. Wirft kleine Steine nach Kaninchen, um sie zu betäuben. Rüste sie dazu austrifft, damit ein Kaninchen und schnappe es dir dann, solange es betäubt ist. Wenn man es töten kann, kann man es auch essen. Das ist richtig. Aber man muss es erst mal treffen. Und das ist nicht so einfach, wie ich euch gleich zeigen werde. So, erst mal besommene ich mir ein paar Steine. Ja. So, die müssen wir jetzt erst mal raus. Genau. Ziele. Ja. Genau. So, komm mal zurück. Ja, es wird ja schon wieder nichts hier. Das kostet allein schon so viel Zeit, um die ganzen Hasen mit diesen Stein zu jagen. Das ist... Ja, genau. Und eigentlich nur sammeln. Sammeln. So. Peace, Ken. Ja. Ja, genau. Wollt du mal stehen jetzt. Oder lauf langsamer zumindest. Einfach genau. Na, siehst du, geht doch. So, Kaninchen. Einmal weggucken, bitte. Uah. Das ist ja nichts. Wir müssen uns ja ernähren. So, Trockenfleisch. Zehleinholz haben wir auch gefunden. Und eben Lagerfeuer. Das können wir uns gleich erst mal... Habe ich keine Steine mehr? Sicherlich nicht. Einmal Stein. Zweimal Stein. Space. Ach, komm. Den hätte ich doch treffen müssen. Komisch ist es auch, alle weglaufen auf einmal. Ah, Mist. 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 Ein Hasen bräuchte ich zumindest noch. Ein Hasen. Ein Stück lasse ich hier noch rankommen. Ja, so geht es natürlich auch. Nämlich gar nicht. Das ist echt ein Elend. Und... Och. Das ist natürlich hier keine Steine mehr. So, okay. Ich will nicht lange weiter hier rum existieren. Wir müssen erst mal ein bisschen was machen hier. Wir müssen mal ein bisschen Feuer machen. Wir müssen uns ein bisschen aufwärmen. Wir müssen mal schon was essen. Ich habe jetzt keine Zeit, jetzt groß die Hasen hier zu jagen. Sonst dauert das noch ewig und drei Tage. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge, also in der zweiten, wo ich dann auch wieder krepiert bin, da habe ich... Nicht eine halbe Stunde wäre jetzt übertrieben, aber ich habe da wirklich ewig gebraucht, um da zumindest einen Hasen zu erledigen. Na, das ist echt... Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Mal, auch wenn man denkt, ah, so, jetzt müsste es gerade so passen. Jetzt habe ich richtig schön gezielt. Würdest du trotzdem dann nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so ein Zufallsprinzip ist, oder ich weiß es nicht. So, 26 Minuten. Ich werde erst mal die Stöcker nehmen, weil wir die doch eher finden. Zählernholz und so ist immer ein bisschen hin. Ach, scheiße, jetzt habe ich auch Zählernholz wegkauft. Naja, egal. So, Essen. Essen können wir natürlich momentan noch nicht. Erfrierungsrisiko, kaltes Wetter. Unterkühlung, kaltes Wetter. Ein warmes Ort. Ja, du bist witzig. Einfach am Ort finden. Du bist ja witzig. So, erst mal einen Hasen zerlegen. So, Hasen zerlegen. Erst mal Fleisch. Leder nehmen wir mit. So. Zack. So, erst mal was essen. Was haben wir noch da zum Glück? Und... Ja, gut. Frisches Kaninchenruck würde ich natürlich lieber nicht nehmen. So, am Essen. Garn. Und trinken müssen wir gleich noch. Und dann will ich aber auch gleich losziehen. Gebotten Tee können wir eigentlich auch mal erhitzen. Das können wir dann auch gleich mal trinken. Und das ist dann auch, glaube ich, für die innere Wärme ganz gut. So. Was trinken. Temperatur steigt, genau. Ah, was essen. So. Ich ziehe mal weiter. Nehme ich mir doch die Nasen noch mit. Als ich den treffe. Ein Versuch mache ich noch. Oder vier. Ach, jetzt treffe ich auf einmal. Ne, ist klar. Ne, ist klar. Jetzt auf einmal geht's. So, ach ne, das funktioniert natürlich noch nicht. Ich muss erst mal... Erst mal ins Inventar gehen. So, zerlegen. Wie, kein Fleisch, was? Ach so, okay, das war der zweite. Ich wollte schon sagen. Gut. Äh, das war der Kadaver. Zerlegen. Fleisch. Haut nehmen wir mit. Dann beraten wir die ganzen Krempel auch gleich mal. Zurück. Dann schmeißen wir das mal über Bord. So. Äh, essen. So. Ja, das ist die Frage. Ich habe mir das Areal schon ein bisschen angeguckt. Aber ich habe nichts in der Gegend gefunden, wo wir auch weiterkommen. Das ist auch so ein bisschen, ein bisschen Elend. Deswegen, ja, ich weiß nicht, wo wir längst gehen sollen. Wir können da oben höchstens vielleicht noch mal gucken. Da war ich, glaube ich, noch nicht. Ich muss ja längst hier links hoch. Wollt es natürlich mit. Ja, hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Gar nichts. Vorsicht. Man bricht sich hier mal gerne was. Ach, jetzt treffe ich auf einmal. Ist klar. Das ist so. Nein. Oh. Ich treffe und lasse ihn laufen. Experte. Oh, Experten ohne Ende. So. Da muss ich hoch. Und kurz vielleicht noch ein Stückchen aufwärmen. Ach, hier sind ja noch ergebotten, richtig. Die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Na. Hier war ich, glaube ich, auch schon zweimal und bin jetzt zweimal krepiert. Also zumindest zeitnah. Also viel ist hier nicht zu erwarten. Fleisch, Leder nehmen wir auch mit. Aber auch schon angegriffen gewesen. Also hier. Also hier werden irgendwo. Bin von da gekommen, ne? Oder? Bin von da gekommen. Also gehe ich mal hier lang. Ducken. Ducken krieche unter einem Gegenstand hindurch. Auf deinem Weg triffst du hin und wieder auf Hindernisse. Ducke dich, um unter ihnen hindurch zu schlüpfen. Durch Ducken können dich zudem Tiere auf die Ferne schwer erkennen. Du bewegst dich dabei langsamer, aber auch leise, sodass du dich besser an sie heranschleichen kannst. Okay, also vielleicht hätten wir das mal bei den Hasen auch mal mit berücksichtigen sollen. Dass wir da eher aus der geduckten Haltung vielleicht die Steine werfen. Und wir dann vielleicht näher herankommen. So, was haben wir hier? Ach, guck mal, da ist eine Höhle. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Beim ersten Mal durchlaufen. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich hier auf der Ecke war, dann war es meistens schon dunkel. Und ich habe schon halluziniert sozusagen. Das war alles nicht so schön. Aber das ist doch gut, dass wir das gleich gefunden haben. Falls ich jetzt nochmal krepieren sollte, dann wissen wir gleich Bescheid. Und vielleicht haben wir auch das Glück, dass wir da ein neues Areal finden. Vielleicht sogar ein kleines Häuschen. So eine kleine Hütte würde mir ja schon reichen. Das wäre ja alles in Ordnung. Hier kommen wir wieder nach... Wo kommen wir eigentlich hier raus? Wo sind wir hier? Cold. So. Cold. Ja, natürlich. Es ist kalt. So, und hier war, glaube ich... Genau, hier hat man diesen... Da ist unser Feuer. Das brennt auch immer noch. Genau, und da war die Höhle irgendwo, ne? Hier irgendwie... Wo war jetzt die Höhle? Da war sie. Was ist hier? Was ist die Höhle? Hier sind wir rausgekommen. Und hier ging das auch irgendwo links weiter. Da war sie nicht. Der muss irgendwo hier links sein. Ja, genau. Hier muss sie irgendwo sein. Na, komm schon. Wir haben nicht so viel Zeit. Gehen wir hier lang? Ich werde mal lieber ein bisschen mehr gehen, weil... Höhle. Speichert, hoffe ich. Licht. Jede Lichtquelle hat Vor- und Nachteile. Möglicherweise musst du eine Lichtquelle improvisieren, um in der Dunkelheit sehen zu können. Stelle Fackeln aus verfügbaren Materialien her. Signalleuchten dienen als einmalige Lichtquelle. Laternen halten länger, verbrauchen aber Öl. In der Dunkelheit lauern Gefahren. Außerdem kannst du ohne Licht nichts herstellen. Deine Ausrüstung nicht reparieren und auch andere Aktionen nicht durchführen. Das ist ja ganz super. Äh. Ja, wenn ich nichts herstellen kann. Und ich stehe mitten im Dunkeln, oder was? Lichtquellen. Nehmen wir mal ein Reichholz anzünden. Ah. Geh mal kurz... Öl verlassen. Kann ich mir vielleicht... Kann ich mir vielleicht hier irgendwie... ...ne Fackel oder sowas craften, sag mal? Ah. Ne Fackel. Fackel können wir uns craften. Herstellen können wir sie nicht. Schade, weil uns dafür Lampenöl fehlt. Ja, gut. Eine andere Möglichkeit werden wir gar nicht haben. Herstellen können wir nichts. Nehmen wir mal ein Stock mit. Ich gehe mal... ...mit einem Streichholz rein. Das wird doch schon wieder nichts. Ich merke das schon. Ach so, jetzt das Feuerzeug... Ja, dann klar. Anzünden. So, da ist das. Ach, guck mal an. Da ist ein Schlafsack. Guck mal. Schau mal, eine Hand Fackel. Nehmen, tragen. Tragen. Anzünden. Aha. Guck mal, das sieht doch schon ganz anders aus. Schlafsack. Nehmen. Ja, Schlafsäcke. Ausruhen, heil dich und speichere deinen Fortschritt. Ausruhen, stell deine Ausdauer wieder her und hilf dir, dich von Leiden zu erholen. Du kannst in Betten ausruhen, die du in der Welt findest. Mit einem Schlafsack kannst du dich an jedem beliebigen Ort ausruhen. Vergiss nicht, dass Ausruhen ebenfalls Kalorien verbraucht und du in der Zeit, in der du rust, hungrig und durstig wirst. Ach, wenn du ausruhst, wird das Spiel gespeichert. Oh, wer weiß, wie lange er schon da ist. Oh, okay. Gut, okay. Wir gucken jetzt hier nicht lange rum. Ich möchte erstmal durch die... Oder nein, ich möchte eigentlich nicht in die Höhle, aber... Ich muss. Das ist der einzige Weg... ...überhaupt irgendwo hinzukommen. Und ich hab gerade heulen gehört. Hoffentlich hab ich mich verhört. Ich hoffe, dass wir hier irgendwo... ...weit erstmal ausruhen können. Stock. Da können wir lang. Erstmal nehmen. Gehen wir geradeaus weiter. Guck mal, hier ist auch noch Material. Und auch ein Lagerfeuer. Sehr geil. Das werden wir gleich mal anmachen. Antiseptikum. Text lesen. Im Sturm verirrt. Ich bin mit den anderen aufgebrochen, aber der Sturm wurde so schlimm, dass ich nicht schnell genug hinterherkam. Einige sind umgekehrt, um das Ende des Sturms in der alten Kirche abzuwarten. Ich bin weitergelaufen, aber anscheinend irgendwo falsch abgebogen. Am Morgen gehe ich zurück und schaue, ob ich ihre Spuren wiederfinden kann. Der Brief ist unterzeichnet mit Alice. Tja, und wie es aussieht... Wie es aussieht, hat sich's nicht geschafft. Randbeschleuniger. Randbeschleuniger, alles. Aber ich glaube, sie werden nicht lange auf sich warten lassen. Ich befürchte, dass wir hier in der Höhle noch fündig werden. Mh, naja. Gucken wir mal. Ich werde erstmal gleich schauen, dass ich speichern kann. So, Feuer läuft. Stock, wir nehmen erstmal die Stücke. Fackel. Die Fackel können wir auch abfackeln. Die Fackel können wir auch abfackeln, genau. So, äh, Brennstoff hinzufügen. Aber wir müssen sowieso alles nehmen. So, mehr machen wir jetzt erstmal nicht. Und, oh, warte mal. Mal eins gucken. Verdammtes Reh. Das garen wir mal eben. Ich würde ganz gerne mich nämlich erstmal so ein bisschen aufpowern, bevor wir pennen gehen. Weil auch da verbrennen wir natürlich Kalorien. Und da können wir mal ganz entspannt frische Spitzen versichern. Ich weiß nicht, ob wir die kochen sollen. So, 2,3 Liter. Ein Liter Wasser koche ich nochmal ein. Obwohl, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur das verschmutze Wasser nehmen. Und dann abkochen. So, 1,5 Liter. Machen wir mal 2 Liter. Ich bin nie so hungry in meinem Leben. Genau. Wir machen gleich noch ein bisschen Hagebuckentee. Das machen wir auf jeden Fall auch gleich noch. So, zurück. Wir machen erstmal... Ne, wir essen erstmal was. Och. Hallo. So. Äh, essen gegart. So, noch mal essen. Und noch mal essen. Schön mal den Wanst vollhauen. Dann haben wir noch mehr, ne? Trockenfleisch. So. Äh, dann haben wir noch Hagebuttenthemen. Müssen wir eigentlich... Aktionen. Kann ich damit was anfangen? Reparieren. Tragen wir den Krempel aber nicht, oder? Keine Leiden. Das ist doch gut. Keine Leiden. Das ist doch mal was Neues. Anziehen. Doch, hier geht das. Ich hab mich immer schon gefragt, warum... Warum geht das nicht? Anziehen. Doch, es geht. Geil. Sehr schön. Accessoires haben wir nicht. Da können wir nichts machen. Okay. Na, siehst du mal. Dann haben wir uns auch wieder schon mal so ein bisschen eingewärmt. Wärme-Bonus plus 5. Winddichte-Bonus plus 3. Schutz 13. Sprinten 92. Also auf 100% sind wir jedenfalls nicht. Weil ich hab mich immer gefragt, wie kann ich die Klamotten anziehen? Ich hatte die immer dabei. Und plötzlich ging das nicht. Und, äh, ja. Ja, jetzt weiß ich auch, wie das geht. Ausgebrannt. Ist kaputt. Okay. So, dann haben wir... So, Klamotten ist klar. Waffen... Wie können wir das... So, das können wir platzieren. Ah, okay. Die können wir hier so ein bisschen... Vielleicht hier so, neben dem Lagerfeuer. So. Okay. Ähm, und dann wollte ich noch ganz gerne Hackebutten noch zubereiten. Weil da haben wir 104 von. Die könnten wir eigentlich mal... Eigentlich mal herstellen. Eigentlich können wir die sowieso komplett umarbeiten. Also komplett... Schon fertig machen. Weil ich glaube nicht, dass wir die in einer anderen Form brauchen. Also zubereitete Hackebutten müssen wir auf jeden Fall herstellen. Und dann können wir die ja erst mal auf... Auf null runterfahren. So. Dann mal wieder herstellen. Können wir uns auch gleich noch ein bisschen Hackebutten-Tee herstellen. So, mehr herstellen ist nicht. So. Dann machen wir das mal alles weg. Dann machen wir uns hier mal ein bisschen was zu trinken. Zerkochen. Ach, und der Essen war das ja, ne? Hackebutten. Ja, richtig. So, noch mal Garn. It's like something is sapping my energy. 41 Minuten. Zerkochen, Essen. Angeboten, Tee. So, den können wir eigentlich gleich mal... ...vertilgen. So. Doch. Jetzt muss man mit der Tastatur hier noch ein bisschen klarkommen. So, Wasser. So, wunderbar. Waffen. Achso, okay. Feuer. Äh, warten. Wo hatten wir hier noch die... ...die Fackel? Warte mal. ...Fackel, Fackel, Fackel, Fackel. Hier, Fackel tragen. Soll ich noch mal speichern vorher? Schlafsack. Ach, komm, wir speichern mal. So, zu schlafen eine Stunde. Eine Stunde. Wie viel können wir überhaupt? Maximum. Verbrannte Kalorien. Kalorienreserve sind 1.800. 900 hätten wir. Ich würde mal sagen, wir pennen mal... Was ist das hier eigentlich? Warten. Lass die Zeit verstreichen. Wir schlafen mal einfach. Fünf Stunden oder so. Schlafen. Mal fünf Stunden pennen. Hoffentlich krepieren wir nicht in der Nacht. Das wäre etwas ungünstig. Es ist aber dunkel. Hallo. So. Ähm... Da waren wir schon dran. Hier haben wir jetzt gespeichert, nehme ich an. Das kann ich aufheben. Geh mal wieder zurück. Ich geh mal hier lang. Oh weia. Ich hab irgendwie das Gefühl... ...dass wir hier nicht sein sollen. Oder nicht allzu lange sein sollen. Das kann man... Ohne. Damit kann man sich auch schön feierbeheizen. Und hier geht's wieder raus. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir hier drin auch Wolfe treffen. Ganz ehrlich. Wir verlassen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Ob wir einmal im Kreis gelaufen sind. Oder ob wir tatsächlich irgendwie hinter dem Gebirge jetzt gelandet sind. Irgendwie. Weil... Ist natürlich düster hier. Zu windig. Okay. Wölfe unbedingt zu vermeiden. Wölfe sind keine Hunde und hier draußen extrem gefährlich. Normalerweise meiden sie Menschen. Aber darauf solltest du es nicht ankommen lassen. Wie die meisten Dinge in der Natur haben Wölfe Angst vor Feuer. Lagerfeuer, Fackeln und Signalleuchten können sie fernhalten. Besonders wenn du sie nach ihnen wirfst. Eine Garantie gibt es dafür jedoch nicht. Am besten gießt du ihn einfach weiträumig aus dem Weg. Vergiss nicht. Blut und rohes Fleisch locken sie an. Okay. Und das Doofe ist natürlich... Wir haben nicht und gar kein Licht. Woll mal. Ich hole mir mal ein bisschen... Noch ein bisschen Holz. Aber wir haben... Das ist natürlich die Frage... Welchen... Was haben wir jetzt... Für eine Uhrzeit? Können wir das hier irgendwo direkt ablesen? So sieht das nämlich eher danach aus, als wenn gerade die Sonne untergegangen ist. Das ist natürlich doof. Lufttemperatur minus 19. Keine Leiden. Ja, es kann sein, dass... Da vorne ist ein Wolf. Siehst du da? Jetzt sehe ich den Wolf auch erst. Weiträumig umgehen ist gut. Vielleicht sieht er uns nicht. Bin ich da? Können wir hier? Oder wir erschlagen ihn einfach vor Frieden. Gehen wir auf zärtlich. Gesehen hat er uns nicht. Ich weiß, ihr seht nicht viel, aber ich sehe wirklich auch nicht viel mehr. Also... Aber ihr seht immer so gerade so... Die Silhouetten von den Viechern. Können wir hier irgendwo hoch? Ne, ne? Das sieht nicht danach aus. Geht's einfach mal hier lang. Ich will hoffen, dass das richtig ist, was ich tue. Bisschen was sieht man jetzt ja, aber das ist minimal. Bisschen vom Mond, so ein bisschen Licht. Komm mal nicht hoch. Wir sind natürlich zu dem schlechtesten Zeitpunkt eigentlich rausgegangen. Wir hätten länger pennen sollen. Ein Weg. Ein Weg. Ich bin nicht so verloren, wie ich dachte. Da scheint nichts weiter zu sein. Ich gehe mal in die Richtung. Das ist jetzt eine Brücke da vorne. Und ein Auto. Können wir im Auto schlafen? Oder im Auto verbarrikadieren oder so? Fahrzeug einsteigen. Fahrzeuge, Suche, Unterschlupf. Autos können als Unterschlupf dienen und dich vor Wind- und Raubtieren schützen. Vielleicht findest du sogar Vorräte im Handschuhfach oder Kofferraum. Sehr geil. Ja, können wir eigentlich hier pennen? Biss das nicht. Verlassen. Hm. Äh, ja. Gut, dann würde ich mal sagen, ich sehe hier eh gerade nichts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark wieder. Und ich muss mal sehen. Ich werde hier, glaube ich, erst mal gleich das Handschuhfach plündern und vielleicht den Kofferraum. Und, ähm, ja, mal sehen, wie wir weiterkommen. Ich würde hier ja an sich ja auch ein Feuer machen und vielleicht in den Schlafsack setzen. Aber das scheint hier irgendwie nicht zu gehen. Ich spüre meine Hände nicht. Du hast Handschuhe an, Mann. Und ich sehe sowieso grundsätzlich mal gar nichts. Und ja, ich hoffe auf den Sonnenaufgang. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt. Und bis zur nächsten Folge von The Long Dark. Macht es gut. Tschüss.